Hallo und herzlich willkommen wieder zurück beim Aether Let's Play, wieder einmal mit Justin. Yo! Ja und, ähm, da wir, äh, Helmut in der Folge, ich dachte schon der Elefant steht bei uns in den Katzen drin, aber zum Glück steht der woanders drin, ähm, haben wir, äh, hab ich einen zweiten Helmut gesehen und Helmut ist jetzt auch da und dem gefällt's hier drin. Und die haben jetzt hier schön, äh, Sachen hier, äh, Katzen kloren die und, ach, die, natürlich brauchen die einen Baum, das ist natürlich auch ne Sache. Einen richtigen Baum? Ja, die brauchen hier einen Baum, da muss ja am besten mal einen Pflanzen mit Knochenmehl. Okay. Oder reichen da auch nur, äh, Baumstämme, oder muss das ein richtiger Baum sein? Ich weiß ja, ob das schon Stämme reichen, also ich nehme jetzt einfach mal ein Setzling und mach da mal, äh, mit Knochenmehl, okay, züchte ich mal den Baum hoch. Die Dämon-Spitzelgebräuch ich jetzt auch nicht unbedingt jetzt mehr. Und das ist ja total, da kamen wir jetzt erst gar nicht zu. Aber da kommen wir jetzt noch bald zu, denn in dieser Folge wird jetzt das auch übrigen. Denn den Katzen fehlt jetzt wirklich nur noch ein Baum, denn, den Rest haben sie. Dann kann ich ja die eine Katze hier freilassen, oder? Mhm. Drei Knochenmehl haben jetzt nicht gereicht, um den Baum da wachsen zu lassen, na toll, da muss jetzt noch einen Knopf verbraten. Oh, da stirbt gerade eine Katze. Aber nicht von uns zum Glück. Ja, die Katze hat, die fetzt hier gerade alles kaputt. Ach, das glaube ich, ja. Der kann da bestimmt gar nicht wachsen, das ist die Sache. Ich höre den immer an alles zerstören, diesen Ogre. Ja, der ist scheiße. Ach, Mann. Komm schon, jetzt sind mir alle Knochen mit. Zieh's gar nicht ein. Ja, den Ogre, den hört man immer noch. Wir haben vor der Aufnahme noch einen Ogre gehört. Der ramponiert hier alles. Ja. So, oh, da hinten ist ein großer Berg. Also ich gebe es jetzt auf hier mit dem Ding. Also ich, äh, die Katzen bleiben ja relativ in der Nähe, deswegen lasse ich die, lasse ich diese, diese Vorrichtung jetzt mal weg. Okay. So, das reicht mir jetzt so. Mh, Katzenkloß gesäubert, der Hund, der, der macht dir Macken. Den gefällt's, ja, wunderbar. Ähm, wo am besten das Neta-Portal hin, ich weiß es immer noch nicht. Äh, ja, halt unten, wo du schon am einen warst. Okay, dann sagen wir wirklich da. Ähm, und am besten auch noch, oh Gott, Holz hab ich jetzt ganz und gar nichts. Ich hab grad geholt. Komm jetzt. Weil ich brauche dann noch ein bisschen einfach generell ein bisschen Holz. Äh, hier hab ich noch ein bisschen und Äh, das reicht definitiv. Okay. So, was bräuchte ich mir mal zu, alles mal zu den, was wollte ich denn machen? Also es ist auf jeden Fall mal eine, eine Vorrichtung. Ja, gut, okay, dann. Ich pflanze mal ein paar Bäume außerhalb. Äh, das kannst du gerne machen. Da fehlt mir auch schon das Eisen. Und viel zu viel Müll hab ich. Und eine neue Kiste muss her. Hier schon wieder eine Katze. Ja, die spawnen hier echt in diesen wirklich besonders häufig. So, oben Blöcke. Und ein Items. So hab ich das immer. Perfekt, dann kann man jetzt hier, dass diese Sachen da lassen, die ich wirklich jetzt ich brauche. So, diese Sachen, alles zum Beispiel auch das hier brauche ich dann auch nicht mehr. Katzenfutter hab ich dann immer gern bei mir. So, dann hab ich jetzt hier die Obsidian brauche ich und ein Feuerzeug. Denn, das muss auch immer mal gemacht werden. Ja, klar. Eisen und, boah, ein, ein Feuerstein haben wir nur. Das ist, reicht gerade so. Dieses Spitzhack hab ich mir immer noch nicht gemacht. Äh, Eisenspitzhack, da muss ich mal das ganze Eisen mitnehmen. So, das, das kann ich auch dabei. Belassen, so, Eisenspitzhack zum Ausheben. Warte, der Oger, der muss ja wirklich seine, seine Aggressionen rauslassen, wie es, wie es dann halt echt, boah. Nervt auch so ein bisschen, ne? Brrsch, 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 nee, gar nicht. Ähm. Und hier ist direkt Eisen, super. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. Geh den gleich suchen. Okay, dann viel Glück. Äh, so. Ja, perfekt. Äh. Äh? Ah. Äh? Kann ich denn hier nicht? Ah. Da geht, da geht. So. Komisch. Ah, das ist fertig gewesen. So. Ähm. So. Eine Katze ist gestorben. Wirklich? Ja. Scheiße, was war denn da jetzt passiert? Ertrunken. Oh, nein, da muss man doch aufpassen. Helmut ist gerade am Wegrennen und hat noch die Hälfte seines Lebens. Boah, man hat ja echt da nichts. Die haben auch kein Katzenfutter mehr. Der fühlt sich aber pudelwohl. Ich kann ihn leider nicht irgendwie aufsammeln. Ja, das ist, weil es ja praktisch als meine Katze eingetragen ist. Jetzt bin ich hier mit diesem dämlichen Elefanten gefangen. So, ich will hier raus. Ähm. Hier. Oh, ja, wirklich, tatsächlich. Sieht nicht sehr gut aus. Ach, Mann, Sabrina, es ist gestorben. Die schönste Katze. So, ich nehme sie mal mit hier. Ich habe das Medaillon aber noch aufgesammelt. Okay, das ist das Wichtigste. Ah, die sind ja zum Sterben, verdammt, leider. So, Helmut, du bleibst jetzt hier drin für deinen, für deinen... Egal, ob wann ihr einen Baum braucht, ihr müsst euch halt jetzt langweilen. Das macht nichts, das muss leider so sein. Eben. Das ist euch dann... Das ist dann relativ... Zusammenführen. So. Ähm. So ein Mist, da bist du uns wieder eine neue Katze holen. Aber naja. Ah, ein Schwert brauche ich. Ähm, ja, neue Katze kommt erst mal später dann ins Haus. Also, Hauptsache, wir haben jetzt mal die eine, die muss erst mal überleben. Das ist die Sache. Wenn sie wieder erst mal isst, dann ist erst mal gut. Dann, dann hat sie wieder ein bisschen geheilt. Ach, wir haben jetzt hier kein, äh... Hm, wir haben jetzt kein Holz mehr. Ich, äh, hab schon wieder angepflanzt und geholt. Okay, aber wir brauchen Stickies. Unbedingt. Ja, ich, ich... Das ist echt ein Mangelware im Moment. So, einen ganzen Stack hab ich. Okay. Mach ich erst mal hier aus einem... So, du kriegst jetzt hier, ähm... Das hier und das hier. Äh, also, ja, okay, gut. Ist klar. Dann kann ich mir jetzt hier schöne, äh, Eismut möchte kacken, nichts machen. So, wieder, äh, ne, jetzt ist ein Schwein drin. Tschüss. Jetzt stinkt Schweineflaschen im Katzenklo. Oh, nicht schlecht. Naja. Okay, jetzt verstehe ich, an, äh, an dem Haus sehe ich schon, warum du so viele Baumstämme brauchtest. Ja. So, okay, dann, äh, Helmut geht's auf jeden Fall noch gut, solange die hier drin sind. Oh Gott, der hat schon wieder vollgeschissen. Dann wird er wieder nochmal sauber machen. Vor allem lockt das ein Monster an. Ja? Skelette schießen sogar da drauf. Ja, weil die das eklig finden. Das ist so dämlich. Das ist eine wahre Attraktion, so steht's im Forum. Ähm. Ja, total beknackt. Wir brauchen eine zweite Katze, aber die, die müsste ja auch wieder hier sein. Hey, der lässt echt wirklich immer noch seine Aggressionen raus. Oh Gott, da, ey. Der nervt richtig. Alter, da geh ich gleich mal rein. Ah, wir sind nicht in einer Party, sehe ich gerade. Ach so, das stimmt, klar. Äh, warum auch immer. Komisch. Da. Join. The Killers. So. Ja, genau. Wirklich, der kann man jetzt nicht durch. Oh Gott, da muss man jetzt mit dem Weg hier durchfahren. Leder wird's auch mal wieder ein bisschen. Okay, ja, der ist auch nie, nie verkehrt. Vor allem nicht mit der Modifikation. So, was hast du jetzt alles von Leder? Ich hab, äh, nur, äh, ähm. Dingsbock, ich hab hier, ähm, ja, ich habe Leather Cap und Leather Boots, also nur Hut und Stiefel. Okay. Ja, dann muss ich jetzt gleich mal ein bisschen sammeln gehen. Hm. Wir sind da genug Kühe. Ja, die sind genug dabei, dieser, dieser, oh geil, unglaublich. Ähm, ja, gibt's irgendwie noch so eine Katze, die man mitnehmen könnte. Also ich hab jetzt auch keinen Fisch dabei, auch keinen gekochten mehr. Ja, Hundi, du bist irgendwie nur, bist aggressiv auf jemanden. Nee, erstmal keine Katze, aber, äh, sowieso muss auch erstmal das Haus fertig werden. Oh, das ist, äh, auf jeden Fall nicht zu klein. Ja, ja, ich mach schon ordentlich groß. Also was man auch gebrauchen kann dann, äh, äh, für längerfristige Sachen. Hier ist schon direkt die nächste Katze, aber die zählen wir auch erst, wenn die Zeit reif ist. Ja, lohnt sich dann aber auch wirklich erst. Hier ist eine ganz weiße. Ja, ich würde aber wirklich dann, äh, ich glaub, wenn, wenn eine ganz schwarze wäre am besten. Okay. Weil dann, wenn man Kontrast geben würde, oder eine gelbe am besten. Hier ist eine schwarze. Ja, auch eine schwarze auch direkt. Das ist ja praktisch. Ja, da müssen wir ja gucken. Aber die sind auch schon wieder gedieft, wenn wir wieder dazukommen. Ah, Werwolf. Weg hier. Wo, 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 wo? Hier unten in der Höhle, wo ich den, äh, den, den blöden Oger gehört hab. So. Was ist der denn? Ich hör ihn aber woanders auch. Ab, hier hört man den Oger nicht mehr. Es ist Nacht. Okay. Oh, der Vogel. Hör auf zu nerven. Wo bist du? Tot? Okay. Äh, da noch ein bisschen. Hör auf zu nerven. Höhle extrem. Oh, ich hör einen Werwolf. Scheiße. Oh, hier kann man auch noch ein Stück weiter. Hm. Zack. Mienschacht. Hier ist auch echt alles. Krass. Hier ist wirklich alles auf einem Fleck. Ja, war. Glück gehabt, wa? Ziemlich, doch. Ah, ich glaub, ich hab ihn geortet. Oger, aber den hat man auch so weit. Das ist die Sache. Oh, scheiße. Ist er da? Nee, aber ein Werwolf. Das sch... Nee, da will ich jetzt eher nicht länger dran. Aber ich kann hier Faden holen, immerhin. Ja, sind ja genug Spinnen. Ja, das ist gut. Und nach Natur kannst du suchen, wegen diesen Melonsamen. Ja, klar, okay. Die sind nämlich auch wichtig. Ja, also einfache Ernährung. Eben. So, Kies. Ja, wer weiß. Kies brauchen wir eigentlich nie, außer für Wege und Ästhetik und sonst was. Und Schmelzerei gibt's hier noch nicht. Ich hab die gehabt, aber als wir noch gar nicht. Doch muss es geben. Und hier ist ein Creeper. Ja, Creeper sind hier auch. Wow, der war mir ein Stück zu nah. Aber naja, egal. Nichts passiert. So, hier noch Eisen. Hm. Da ist so ein kleiner Golem. Okay. Oh, der ist jetzt auf Rot geschaltet. Der schmeißt jetzt mit Blöcken. Hm, der ist aggressiv jetzt geworden, ja. Ah, tot ist er. Gut, ja, die sind noch, äh, relativ leicht. Es gibt ja auch die Big Golems, aber die spawnen noch nicht, weil's hier noch nicht auf schwer ist. Oh, da sind so Geister. Ah ja, gut. Wenn das nicht Flammgeister sind, dann die... Doch, sind Flamm. Okay, das ist da nicht so schön. Alter. Ich glaub, ich... Ich komm dem... Ich komm dem Typen immer näher, aber mein Eisenschwert ist kaputt und ich hab überhaupt kein Schwert mehr. Also deswegen eher Rückzug. Ich hab Fäden. Ja, gut. Okay, ich, ich, äh, äh, hab auch ein paar gesammelt, aber nicht viele. Ging halt nicht anders. So, also ich würd' sagen, wir machen Essen auch in der separaten, äh, Kiste, weil wir haben... Äh, äh, viel. Ähm. Oh, so ne Grille. Wohin. Ja, ich hab hier Geisterpferde, ich hab hier Geister, ich habe... Oh Gott, ich hab ja alles. Äh, nicht besonders schön. So, ich möchte eigentlich nur noch wieder nach draußen. So, Essen, Essen. Kann man verarbeiten. Wofür sind eigentlich diese Big Cat Claws? Da kann man, kann man Peitschen machen, da setzen sich alle Tiere hin. Ah, okay. Boah, Spinne. Kommt ja auf mich herabgefallen. Ich glaub, ich geh jetzt ein bisschen angeln. Ich hab kein Schwert. Ah, lass mich in Ruhe. Jo. Boah. Werwolf. Boah, Mann. Ich hab gar keins Schwert dabei. Nein, Geist, du lässt mich jetzt in Ruhe. Ich weiß, dass du dich teleportieren kannst, aber darauf will ich jetzt eher scheißen. Ah, weg. Boah. Man darf nie ohne Schwert, äh, also ohne Ersatzschwert aus dem Haus, ey. Ja, ich hör dich. Blöder Geist. Zack. Ich hab'n Fisch. Gut, sehr gut. Kann man immer gebrauchen. Ich hab' den Geist getötet. Aber er lebt noch. Also, ich hab' jedenfalls kein Todesgeräusch von ihm gehört. Ich hab'n getötet. Der war grad hier. Ich hab' Schwarzbrüder gekriegt. Ja, das ist dann dieser blöde Geist gewesen. Ach, ich angle noch ein bisschen, glaub ich. So, Helmut hat jetzt auch Beleuchtung. So, also ich, äh, töt' dich mal, Leute. Da wird einer zum Wehrwolf da hinten. Scheiße. Oh, oh. Oh, oh, oh. Schmeiß' die Angel. Oh. Mann, ich mach' mir jetzt ein Goldschwert. Oh, Helmut hat Hunger. Äh, ich geb' dir... Essen. Äh. Bitteschön. So, Goldschwert, dann geht's dem an den Kragen. Hab' ich noch Gold dabei? Nein, hab' ich nicht. Aber hier gibt's lieber zwei Gold von dem, was ich gesammelt hab'. So, ich glaub', wir sollten jetzt mal pennen. Also, das ist zu krass. Ich bring' grad' den Wehrwolf um. Okay, dann geh' ich noch an den Fisch. Und dann war's das auch für den Part, weil wir sind jetzt bei 16.50. Hallo. Oh, der zieht ja fünf. Wow. Was hat er gedroppt? Äh, ne Eisenschwert und ne Steinenspitzhacke. Das war gut. Also, für's Eisenschwert bin ich jetzt auch relativ dankbar. Die Steinenspitzhacke kann erstmal weg. Ich warte jetzt kurz noch auf den Fisch hier. Der müsste jetzt eigentlich gleich zu... Na, aber... Ach, komm schon. Der lässt sich Zeit. Dann nicht. So, ähm, dann gehen wir am besten schlafen... und dann beenden wir den diese Folge. Genau. Ja. Ja, dann auch vielen Dank fürs Zusehen bis hierhin schon mal. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.